Manche Zitate sind derart prägend bzw. extrem, dass sie auch Jahre später noch Aufmerksamkeit erregen. Dazu zählt sicherlich auch die Aussage des damaligen Microsoft-Chefs Steve Ballmer, dass Linux ein Krebsgeschwür sei. In diesem Video erfahrt ihr, was Steve Ballmer genau gesagt hat, warum seine Begründung für diese Aussage schon damals falsch war und wir werfen einen Blick auf die Entwicklungen aus der aktuelleren Zeit von Microsoft zu Linux. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Auf uLabs.de findest du noch viele weitere Artikel und auch Videos rund um den Raspberry Pi sowie andere Inhalte aus unseren Themengebieten. Die Aussage fiel im Rahmen eines Interviews, das zunächst noch recht höflich und sachlich begann. Der damalige Microsoft-Chef Steve Ballmer sagte zunächst über Linux, dass es gut für den Wettbewerb sei und Microsoft dazu zwingen werde, innovativ zu sein und sowohl die Preise als auch den Wert der eigenen Produkte zu rechtfertigen, also etwas Gesundes für den freien Markt. Soweit so unauffällig, das könnte man über so ziemlich jeden anderen Konkurrenten auch sagen. Doch beim berühmt gewordenen Satz aus dem gleichen Interview sieht es im späteren Verlauf schon anders aus. Schauen wir uns den Kontext an. Übersetzt hat Ballmer gesagt, Open Source ist für kommerzielle Unternehmen nicht verfügbar. So wie Lizenz geschrieben ist, müssen sie, wenn sie Open Source Software verwenden, auch den Rest ihrer Software als Open Source zur Verfügung stellen. Wenn die Regierung etwas der Öffentlichkeit zugänglich machen will, dann sollte das tun. Linux gehört nicht zum öffentlichen Bereich. Linux ist ein Krebsgeschwür, das sich im Sinne des geistigen Eigentums an alles anheftet, was es berührt. So funktioniert die Lizenz. Autsch. Hier stimmt nämlich dagegen fast gar nichts mehr. Zudem werden verschiedene Dinge in einen Topf geworfen. Das ist der Sound der totalen Ahnungslosigkeit. Weite Teile des Linux-Körnels stehen zwar tatsächlich unter der General Public License, kurz GPL. Wer Änderungen vornimmt oder abgeleitete Werke erstellt, ist dazu verpflichtet, diese Änderungen auch unter der gleichen Lizenz öffentlich zu stellen, also unter der GPL, sprich Open Source. Diese Bedingung nennt sich Copy Left als Gegenstück zum Copyright. Das meinte Ballmer also mit Krebsgeschwür, aber das betrifft nur Hardware-nahe Software wie zum Beispiel Betriebssysteme. Anwenderprogramme, die sind bewusst in Lizenz von Linux ausgenommen, damit eben nicht jede Software, die Linux lauffähig ist, automatisch bei GPL lizenziert werden muss. Entgegen Ballmers falscher Behauptung ist es daher für viele möglich, auch proprietäre Software für Linux zu entwickeln. Und das machen auch große Unternehmen seit Jahren. Ein Beispiel wäre der Videoschnitt-Editor DaVinci Resolve. Doch Ballmer spricht ja im gleichen Zug eben nicht nur von Linux, sondern von der gesamten Open Source-Gruppe. Open Source-Software geht weit über Linux und auch die GPL hinaus. Es fängt schon mit den Lizenzen an. Gerade hier gibt es daher zahlreiche weitere Lizenzen, welche weit weniger streng sind und damit Einschränkungen der Freiheit des Nutzers ermöglichen. Eine der ältesten ist zum Beispiel die BSD-Lizenz. Und die BSD-Lizenzen, da gibt es mehrere. Die erste erschien bereits 1990, also elf Jahre nach dem Interview. Sie erlaubt nahezu alles, egal ob privat, kommerziell, proprietär, das ist alles möglich. Die einzige Bedingung ist im Grunde das Weitergeben der Lizenz. Eine weitere Möglichkeit für Firmen, die proprietäre Software entwickeln möchten, ist die MIT-Lizenz. Sie schon aus den Jahren 1989 ist also noch älter. Und das sind nur Beispiele. Es gibt noch weitere Lizenzen, mit denen das ebenfalls möglich ist. Ich habe hier bewusst zwei ziemlich alte genannt, um eben aufzuzeigen, dass es nichts Neues ist, wo man sagen kann, naja, das kam halt nach dem Interview, das wusste Ballmer noch nicht, sondern das war alles schon Jahre vorher entstanden. Ebenfalls falsch ist die Aussage von Ballmer, dass Open Source als Geschäftsmodell für ein Unternehmen nicht funktioniert, um Geld zu verdienen. Im Gegenteil, das 1993 gegründete Red Hat zum Beispiel erwirtschaftet Milliarden genau damit, obwohl oder gerade weil große Teile ihrer Distribution frei verfügbar sind. Auch hier gibt es natürlich mehrere Beispiele. Ein aktuelleres wäre Rancher, die sich auf quelloffene Software für Kubernetes spezialisiert haben. Die ist ebenfalls quelloffen und wird sogar kostenfrei angeboten. Geld wird mit Beratung und Support für Geschäftskunden verdient. Das ist recht häufig, aber da gibt es noch verschiedene Methoden, mit denen man eben auch mit quelloffener Software oder mit kostenfreier Software Geld verdienen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre das Hosting, also in Richtung Cloud. Sind Steve Ballmer also diese Entwicklungen der letzten Jahre zum damaligen Zeitpunkt komplett entgangen? Verschiedene Klagen gegenüber Microsoft haben gezeigt, dass sich der Konzern sogar äußerst intensiv mit dem Linux-Umfeld beschäftigt hat. Es wurde sogar als größte Gefahr für die kommerziellen Interessen des Konzernes erkannt, weil der Funktionsumfang mit dem von Microsoft vergleichbar war und den sogar teilweise überstieg. In gewisser Weise war also Linux wirklich ein Krebsgeschwür, aber eben nur für Microsoft und deren Geschäftsmodell, proprietäre Software zu entwickeln und zu verkaufen. Microsoft versuchte daher ziemlich hart dagegen vorzugehen. Dies wurde aus Klagen im Zuge vom ersten Browser-Krieg bekannt. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht, verlinke ich oben, zum Beispiel die Strategie Annehmen, Erweitern und Auslöschen. Dabei nimmt Microsoft zunächst offene Standards an, indem sie Software entwickeln, die damit kompatibel ist. Aber nur, um, nachdem die Nutzer umgestiegen sind, im zweiten Schritt sie mit proprietären Funktionen zu erweitern oder es zu dokumentieren. Dadurch soll es zu Problemen mit der Konkurrenz kommen, damit die Leute eben bei Microsoft bleiben oder dorthin wechseln. In Kombination mit massiver Werbung wird daher Microsoft Implantierung zum de facto Standard, der die Konkurrenz auslöscht. Es gibt zahlreiche Beispiele für dieses Vorgehen, etwa beim Browser, also dem Internet Explorer, Kerberos, Office Dokumenten, Java und mehr. Übrigens lief Hotmail, das kennt ihr heute unter Outlook.com, mehrere Jahre lang auf FreeBSD und damit einem Unix, also einem Betriebssystem ähnlich zu Linux. Hotmail wurde nämlich 1997 von Microsoft gekauft, das ist also keine eigene Entwicklung, sondern von einem anderen Unternehmen damals gegründet worden. Das Ganze lief dann mehrere Jahre lang unter Millionen von Nutzern auf FreeBSD. Erst im Jahr 2000 migrierte der Konzern auf Windows Server 2000 mit dem ebenfalls proprietären IIS WebServer. Bis dahin bestand die Plattform komplett aus quelloffener Technologie, wie etwa dem WebServer Apache. Microsofts Hass auf Linux, der legte sich erst Jahre später. 2009 steuerte der Konzern etwa 20.000 Zahlen zum Linux-Kernel bei. Aber nicht ganz uneigennützig, denn der Code, der verbesserte die Unterstützung für Linux VMs auf Windows-Hosts. Offensichtlich möchte man also verhindern, dass Nutzer komplett auf Queer-Offene-Technik wechseln. In die Richtung geht auch das WSL, das Windows-Subsystem vor Linux, mit dem man Linux unter Windows ausführen kann. Noch weiter hat sich der Konzern in der Cloud geöffnet. Seit 2015 läuft Azure auf Linux. Auch als Kunde kann man dort Server mit GNU Linux buchen. Und davon wird regen Gebrauch gemacht. Schon 2016 wurde verkündet, dass fast ein Drittel aller virtuellen Server in Azure unter Linux laufen. Im Jahr davor waren es 25%. Dieser Trend, der setzte sich fort. 2017 waren es 40%. 2018 fast die Hälfte. Und 2019 überholt Linux dann das hauseigene Windows erstmals. Natürlich kommt das nicht durch einen plötzlichen moralischen Sinneswandel. Schon 2014 hat der damals neue Chef Nadella erkannt, dass sich mit einem Fokus auf Cloud-Dienstleistungen mehr Geld verdienen lässt. Und seine Rechnung geht auf. 2020 erwirtschaftete Microsoft mehr Geld mit Azure & Co. als mit dem Betriebssystem Windows, was ja ehemals das wichtigste Produkt war. Mit Abonnements lässt sich mehr und vor allem nachhaltiger Geld verdienen als mit dem einmaligen Verkauf einer Betriebssystem-Version. Schon vor Jahren gab es daher das Gerücht, dass der Konzern auch ein Abo für Windows herausbringen möchte. Das gilt es bisher nicht, aber stattdessen hat sich Microsoft dazu entschieden, mehr in Cloud-Dienste zu investieren. Das zeichnete sich vor allem durch die Corona-Pandemie aus. Das Betriebssystem spielt also fürs Geldverdienen keine so große Rolle mehr. Vermutlich ein Grund, warum zumindest Windows immer mehr zur Werbeplattform verkommt. In der Cloud verdient Microsoft ironischerweise mit Linux sogar deutlich mehr Geld als eben mit Windows. Und damit zukünftig noch mehr verdient wird, kann man ja eben seine große Windows-Nutzerbasis verwenden, um die so lange mit Werbung zu nerven, bis sie auch irgendein Abo abschließen. Wobei das nicht wirklich hilft, denn teilweise bekommen sogar die, die schon ein Abonnement haben, noch Werbung, aber das ist ein anderes Thema. Fairerweise sollte man an der Stelle dazu sagen, dass sich Microsoft in den letzten Jahren schon für seine Verhältnisse ziemlich radikal gewandelt hat. Sie beteiligen sich an Open-Source-Software und haben sogar eigene Projekte als Quelloffene Software veröffentlicht. Mittlerweile ist da einiges zusammengekommen und auch wenn das nicht komplett uneigennützig ist, kann trotzdem die Open-Source-Gemeinschaft davon profitieren. Doch dieser Wandel sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Microsoft weiterhin durchaus skrupellos die eigenen Interessen durchsetzt. Die künstlichen hohen Systemanforderungen für Windows 11, das Drängen zum eigenen Browser Edge und die mehrfachen Preisverhöhungen für die eigenen Cloud-Teams sind hier nur einige Beispiele von vielen. Beobachtung und ein gesundes Maß an Skepsis sind also weiterhin angebracht. Nun könnt ihr gerne bei uns auf yourlabs.de ins Forum oder in die Kommentare schreiben, was ihr zu Microsofts Verhältnis zu Linux und dem Wandel haltet. Tschüss, bis zum nächsten Mal.